Yo Leute, was geht? Freunde, ich hab hier wieder was gekauft und zwar für 300 Euro und zwar wisst ihr, was heute rausgekommen ist? Ganz genau Leute, ihr wisst, ich bin riesen Skyrim Fan, ihr wisst auch Leute, Fallout auch sehr, sehr, sehr nice und diese Entwickler von diesen beiden Spielen haben heute etwas Neues rausgebracht und zwar das Spiel Starfield. Leute, das ist by the way keine Werbung, ich hab mir diese Edition selber gekauft und zwar geht es nämlich heute um eine 300 Euro Starfield Mystery Box. Und diejenigen, die es wissen, Leute, wissen, es ist die teuerste Version, die man sich zu diesem Spiel kaufen kann und da ist etwas richtig Krasses drin, Leute. Es ist der einzige Shop gewesen, wo ich das kaufen konnte bei Otto. Wir schauen auf jeden Fall rein. Leute, lasst unbedingt Like da, vielleicht wollt ihr auch auf meinem Hauptkanal irgendwann so ein Video zu Starfield sehen. Man kann das Spiel ja auch irgendwann mal modden, vielleicht kann man da ja Franklin, Michael und Trevor in Starfield reinpacken. Auf jeden Fall, Leute, machen wir diese Box mal auf und gucken rein, was drin ist und wir sehen hier schon das Logo, Leute. Und das Ding ist, warum kommt dieses Spiel nicht auf Playstation 5 raus, bitte Bethesda? Ich weiß, ihr wurdet von Microsoft gekauft, aber bitte bringt das Spiel auf Playstation raus. Naja, jetzt muss ich das auf PC spielen, weil ich keine Xbox habe, aber ich glaube, die Grafik wird auf PC besser sein als auf der Xbox Series X in 30 FPS. Also, Leute, hier ist auf jeden Fall die 300 Euro Box und da schauen wir rein, denn da ist etwas drin, Leute, etwas Elektronisches drinne. Und es wird so nice werden. Das war auch der Grund, warum ich diese Box überhaupt gekauft habe. Und zwar sehen wir hier natürlich ganz normal entspannt hier diese Edition Live Pack Interlink steht hier drauf. Und auf der Seite sehen wir Alpha Centauri oder so etwas. Hier sieht man irgendwie Chronomark aus dem Jahr 2188. Okay, nicht schlecht. Und hier sieht man ungefähr, Leute, was drin ist. Aber ich glaube, den Inhalt zeige ich euch lieber, anstatt euch das zu sagen. Und Leute, wir machen erst mal auf. Und jetzt bin ich so gespannt. Okay, alles klar, Leute. Das war jetzt die zweite Hülle. Und ich glaube, man muss es... Oh, wie macht man das denn auf? Man muss es hier so aufmachen. Oh, Leute, ihr wisst, ich bin so gehypt. Hab mich tatsächlich auf der Gamescom von dem Spiel sehr, sehr hypen lassen. Und da öffnen wir... Warte mal, hier steht ein Satz drauf. Was steht hier drauf? Äh, das Wunder ist nicht, dass Sternenfeld, dass es so groß ist, sondern dass man es gemessen hat. Okay. Oh, Leute, okay. Seid ihr ready? Und jetzt machen wir es auf, Leute. Alle müssen dazu jetzt ein Like da lassen. Leute, alle müssen jetzt ein Like da lassen. Drei, zwei, eins. Und... Okay, Leute. Ey, warum geht das nicht auf? Was ist hier los? Ey, Bruder, was ist denn das hier? Die Box klemmt. Ah, jetzt. Alle, drei, zwei, eins. Und... Oh, da ist erst mal was Nices. Und zwar haben wir hier als allererstes, Leute, einmal das Steelbook, Leute. Gönnt euch, wie schön das aussieht. Oh, sehr edel, Leute. Sehr edel. Ich liebe so Steelbook-Editionen. Oh, oh nein. Nein, da ist eine Delle, Leute. Wie sind die da reingekommen? Wie sind die Delle da reingekommen? Okay, ähm, keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Aber wir gucken rein. Und... Oh, mein Gott. Hier ist was drin, ne? Oha, das ist aus Metall. Leute, was ist das? Ist das ein NFC-Chip? Was ist das? Kann mir das jemand erklären, was das genauer ist? Okay, okay. Ich sehe... Ich kann euch das nicht zeigen, Leute. Da ist der Game Key da drunter. Da ist einfach der Game Key. Ah, okay. Das ist ziemlich nice gemacht von Microsoft, dass sie den Schlüssel auf diesen Teil drauf gepackt haben. Finde ich sehr nice. Versucht den nicht einzulösen. Ich habe den Versuch nicht eingeblendet, glaube ich. Okay, hier steht, wie man das Ganze einlösen kann. Und ja, es ist eine Steelbook-Edition, aber nur mit dem Key, ne? Also das Spiel ist nicht als CD drin. Es ist wirklich nur so. Ich fände das eigentlich ziemlich cool. Stell dir vor, PC-Spiele werden endlich mal als USB-Sticks verkauft und nicht mehr als CDs oder so. Niemand hat mehr CD-Laufwerke. Macht mal so Festplatten oder so. Das wäre genial. Ich hasse es, Spiele runterzuladen und ich möchte gerne die Spiele mitnehmen. Das ist dann perfekt, wenn man das Ding auf einen USB-Stick oder so packen kann. Okay, jetzt kommt aber der Moment, Leute, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar... Der Fokus möchte heute das Video nicht moderieren. Schreibt alle mal Fokus in die Kommentare. Fokus! Leute, ich glaube, jemand hat nicht Fokus kommentiert. Fokus! Wo ist der Fokus, Bruder? Ey, Elgato-Kamera, wo ist der... Ja, danke, danke, danke schön. Ich glaube, wir müssen echt Fokus in die Kommentare schreiben, sonst passiert hier nichts. Okay, Leute, als nächstes haben wir das hier drin. Das ist das Krasseste von allen Sachen. Das ist, Leute, mit Abstand das Krasseste in dieser Mystery Box, in dieser Constellation Edition. Und dieses Ding muss man vorsichtig auspacken, denn dieses Teil ist so wertvoll. Es ist nämlich, Leute, jetzt passt mal auf. Das hier... Ich krieg's nicht... Oh mein Gott, das ist... Das ist richtig gut gesichert. Oh! Oh! Also, wer auch immer das verpackt hat, Props. Okay, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Leute, seid ihr ready? Okay, ich mache das Ding jetzt auf. Hier ist ein richtig robuster Metallkoffer. Jeder kleine Koffer, den ihr gesehen habt. Völlig egal. Das Ding ist sehr nice. Man muss es so, glaube ich, öffnen. So. Und jetzt... Oh mein... Oh, man muss es drehen. Und jetzt ist es entsperrt. Und jetzt gucken wir mal rein, was drin ist, Leute. In dieser Box ist einfach eine Uhr. Es ist nicht irgendeine Uhr. Es ist die Uhr, die man im Spiel trägt. Und sie funktioniert. Und ich sehe dort, da ist eine Folie drauf. Wir werden diese Uhr gleich anziehen. Oh mein Gott. Das ist so gut verpackt, Freunde. Es ist hier schön in diesem Hartplastik. Wisst ihr, was ich vorhatte? Ich hatte vor, diese Plastikteile rauszunehmen. Dass ich das als normalen Koffer benutzen kann. Ich glaube, das geht sogar, oder? Ja. Man kann dieses Teil rausnehmen. Und rein theoretisch kannst du das als normalen Koffer benutzen. Aber was geil ist, ist, dass es gummiert. Und das ist, das ist so, das ist so ein komisches Material. Leute, warum benutzt ein Autohersteller so ein Material? Das ist so ein Gummi mit hier ein bisschen Hartplastik. Das ist ja übelst geil. Habt noch nie sowas gefühlt, ey. Wie cool. Okay, wie kriege ich das wieder rein? Okay, was ist doch drin? Hier haben wir so ein normales Aufnähpatch-Teil. Das ist eigentlich ganz okay, aber ich brauche das jetzt leider nicht, Leute. Also, vielleicht könnt ihr das nähen. Ich lasse das einfach hier. Oh, warte, da ist was versteckt. Da ist was. Da war eine Anleitung. Oh, ich dachte, das ist, Leute, das ist eigentlich eine Enttäuschung. Darunter war nämlich noch eine Anleitung. Und ist das ein Aufladepuck mit USB oder so? Oh, es ist, es ist Micro-USB. Microsoft, Bethesda. Nimm das Jahr 2023. Warum benutzt ihr da noch Micro-USB zum Aufladen? Im Ernst? Micro-USB? Ich hab so ein Kabel nicht. Ah, die bieten das Kabel natürlich mit an. Okay, immerhin, Leute. Aber warum Micro-USB? Das ist doch verboten. Und hier haben wir auf jeden Fall so zwei Teile, damit man die Uhr einstellen kann. Sehr nice. Also, damit man das Band reintun kann. Ah, man kriegt zwei Bänder. Oh, ich versuche die Uhr rauszuholen. Oh, okay. Du kriegst einmal so ein komisches Kautschukband, was ich jetzt tragen werde. Und dann hast du noch so ein Stoffband. Also, du kriegst quasi zwei Teile für deine Uhr. Hä, das ist sau nice. Dann machen wir mal den Koffer wieder zu. Zeige ich euch nochmal den Mechanismus. Man muss das richtig festmachen. Dann dreht man das zu. Oh, warte. So, dann dreht man das zu. Und dann rastet man das ein. Und der Koffer ist so fest, du kannst ihn jetzt quasi nicht öffnen. Es geht nicht. Sehr cooler Koffer. Okay, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt die Uhr. Könnt ihr sie sehen? Man sieht einfach alles davon. Hier im Inneren sieht man, glaube ich, noch so ein Abzeichen der Uhr. Ich werde sie jetzt einfach mal anmachen. Ich werde sie jetzt gleich mal anziehen. Man hat hier auf jeden Fall ein paar Knöpfe. Okay. Und ich glaube, damit lädst du das auf. Also, ja. Damit lädst du die Uhr auf. Das bedeutet, wenn du die aufladen kannst, dass diese Uhr auch funktionieren wird. Es tut weh, diese Folie abzumachen. Aber ich muss. Ich habe die Folie abgemacht. Oh, nein. 500 Euro Wertverlust, obwohl ich 300 Euro bezahlt habe. So, wie benutzt man das jetzt? Welcome to Constellation. Ah, ich muss den QR-Code jetzt mit dem Handy einscannen. Okay. Machen wir das mal. Okay. Ich muss jetzt eine App runterladen auf dem Handy. Und zwar die Starfield Watch App. Starfield Watch. Okay. Leute, das ist einfach eins der coolsten Collector's Edition. Du kriegst einfach eine Digitaluhr. Also, du kriegst eine Smartwatch. Okay. Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen. Bluetooth ist für diese App nicht zugelassen. Ja, dann erlauben wir doch mal Bluetooth. Okay. Ich bin noch nicht mit der Uhr gekoppelt. Ja, dann bitte Ladescheibe anstecken und Uhr darauf platzieren. Äh, okay. Machen wir das mal? Leute, ich weiß. Es ist das kurze Kabel. Das kürzeste Kabel der Welt. I know. Okay. Jetzt haben wir die Uhr getrennt. Boah. Wisst ihr, was auch böse kommen würde? Joel's Uhr aus The Last of Us. Das wäre eine coole Collector's Edition. Ah, hier ist noch ein kleines Detail, Leute. Und zwar hier steht noch folgendes drauf. For All Into The Star Field. Und dann steht hier noch ein bisschen was klein drauf. Kann ich jetzt nicht mehr genau lesen. Hier steht. Chronomark Planetary Expedition Instrument. Instrument, ja. Jetzt auf den Ladepuck. Aber man kann nicht sehen, Leute. Die Facecam ist... Meine Uhr ist genau hier. Oh. Sie geht an. Oh mein Gott. Leute, sie ist an. Bitte koppeln und durchdrücken mit der rechten oberen Taste auf der Uhr bestätigen. Ja, koppeln bestätigt. Die Uhr ist gekoppelt, Leute. Ist das ein OLED-Display? Äh, nein, ist es nicht. Es ist kein OLED-Display. Warum sollte man auch kein OLED-Display in der Apple Watch machen oder so? Koppeln. Die Uhr muss aktualisiert werden. Oh. Ich muss die Uhr updaten. Ist das dein Ernst? Ist die wenigstens voll? Okay, Leute. Meine Uhr ist jetzt tatsächlich verbunden. Ich weiß nicht, wie der Akkustand ist. Für alle Fälle nehme ich die Uhr jetzt aber von diesem Puck ab. Und hier sehen wir sie, Leute. Hier ist auf jeden Fall die Uhr. Wir machen mal den Fokus ein bisschen runter. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Leute. Da ist definitiv die Uhr. Und ihr könnt es sehen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man die Knöpfe drückt. Also, ich weiß nicht, ob die Touch ist. Glaub eher nicht. Die ist nicht Touch. Aber sie hat hier an der Seite zwei Knöpfe. Und an der Seite auch zwei Knöpfe. Und warum ist die jetzt auf einmal ausgegangen? Und warum ist die so dreckig? Moment. Okay, man kann jetzt einfach diesen Knopf drücken. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Mal gucken, was passiert. Da kommt es zur Einstellung. Torch. Moment. Wie kann ich das aktivieren? Ey, ey, ey. Moment. Wie kann ich runter? Ich gucke mal. Ah, so geht es runter. So geht es hoch. Mondphase. Und ich glaube, mit dem Knopf muss ich akzeptieren. Ah, nein. So gehe ich zurück. Okay. So. Nein. Ich möchte Licht haben. Okay. Wir haben eine kleine Minitaschenlampe. Die bringt zwar nicht viel, aber man hat so eine kleine Minitaschenlampe. Ist ganz nice, das zu haben. So. Dann muss man, glaube ich, drücken, damit man wieder zurückkommt. Und jetzt. Ah, ja. Okay. So. Dann gucken wir mal nach. Einstellungen. Sensorgraphen. Okay. Habe ich das jetzt? Ah, warte. Sensorgraphen. Okay. Was ist das, Leute? Hier sieht man den Druck. Die Bewegung. Wenn ich die jetzt bewege. Okay. Temperatur. 29 Grad. What? Das Ding kann meine... Das Ding kann einfach die Display-Temperatur... Warte. Wenn ich jetzt meine Hand drauf lege, dann misst der gerade... Misst der gerade die Körpertemperatur? 29,7. Nicht so kalt. Alter, das... Das Ding... Das Ding misst meine... Es misst einfach meine Körpertemperatur, Leute. Es geht ständig hoch. Dann haben wir Magnesium... Mag... Mag... Nee, Magnetismus. Beschleunigung und Druck. Okay. Ist das cool, Leute. Das ist ja mal richtig, richtig cool. Okay. Wenn wir mal weiter probieren, Freunde, haben wir noch folgende Optionen. Ich drücke jetzt mal auf Zurück. Möchte gerne zurückkommen. So. Okay. Man kann hier alles abschalten, wenn man möchte. Hier hat man verschiedene Watch-Faces. Sehr, sehr cool. Okay. Dann hast du natürlich noch Settings, Torch, Sensor, Musikkontrolle. Moment. Man kann seine Musik damit steuern. Das Wetter. Okay. Wetter machen wir mal nicht. Mondphase. Okay. Mondphase interessiert mich. Dann gucken wir mal. Mondphase. Haben wir auf jeden Fall die Distanz zum Mond. 360.000 Kilometer. Alter, das ist so geil. Weil der Mond ist manchmal ein bisschen näher dran und manchmal ein bisschen weiter weg. Mit dem Ding kannst du dann wissen, an welchem Tag der Mond am nächsten dran ist. Das sind so Teile. Die kann nicht mal die Apple Watch. Das ist wirklich Real Talk. Das ist gerade wirklich beeindruckend. Beeindruckend. Notifications. Settings. So. Was hat denn der? Power of Flight Mode. About. Screen Options. Machen wir mal, dass der heller ist. Was ist die maximale Helligkeit? Ah. Okay. Man kann es nur dunkler machen. Time Out. Time Out machen wir mal ganz aus. So. Machen wir auf eine Minute. Wake on Tap. Wake on Raise. Das ist cool. Warte mal kurz. Das heißt, das Ding geht aus. Okay. Ich kann es jetzt nicht ganz demonstrieren. Aber das ist schon sehr cool, was die Uhr kann. Also ich finde, die kann mehr, als man normalerweise denkt. Man kann damit die Musik steuern irgendwie. Ich würde die Uhr jetzt nicht einer Apple Watch vorziehen. Alleine, weil das Ganze ein Collectible Item ist. Alle Leute würden dir das klauen, weil es so selten ist. Jetzt verstehe ich auch, warum die Edition 300 Euro kostet. Du kriegst ja nicht nur das Spiel, den Koffer. Die Uhr ist schon so um die 200 wert, könnte man denken. Aber wir haben natürlich noch die App, Leute. Und in der App kann man noch einiges einstellen. Du kannst tägliches Schrittziel einstellen. Die Musiksteuerung von deinem Smartphone, von deiner Uhr ausgehen. Du kannst Benachrichtigungen bekommen. Du kannst den Uhrtipp, ich mache den mal auf 24 Stunden, vibrieren bei Mitteilungen. Display-Helligkeit kann man abschalten bei Laden. Einen beim Tippen, einen bei Bewegung. Okay. Das sind die gleichen Optionen. Und es gibt noch ein Handbuch davon. NATO-Armband befestigen. Das ist so cool, Leute. Es ist sehr nice. Also, Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, diese Uhr, Real Talk, sehr, sehr coole Edition. Für Starfield muss ich einfach wirklich ehrlich sagen, Leute. Jetzt probiere ich das mal wieder reinzubekommen irgendwie. Also, ziehen, drehen. Und jetzt lässt sich das öffnen. Und dann kannst du das alles wieder reintun. Und der Koffer ist massiv, Leute. Der Koffer ist schon schwer. Der ist richtig hochwertig. Also, Leute, das ist sie auf jeden Fall. Die Starfield Constellation Edition. Hier mit der Digitaluhr. Es ist eine sehr coole Edition. Wirklich sehr, sehr hochwertig. Zudrehen. Es ist ein bisschen schwierig. Aber, ja, funktioniert. Weithändig kriegst du es hin. Und dann kannst du den Koffer mitnehmen. Das Einzige, was fehlt, ist so ein normaler Griff. Um das hier irgendwie so mitzunehmen. Du musst den Koffer irgendwie so transportieren. Aber, ja, alles, was drin ist, ist definitiv fest. Und, Leute, das ist auf jeden Fall die Edition. Natürlich noch mit dem Steelbook dabei. Und, ja, das ist, Leute, dieses 300 Euro Starfield Mystery Box. Und die Constellation Edition. Sehr, sehr cool, Leute. Ich werde das Spiel auf jeden Fall auf PC spielen. Wenn ihr möchtet, dass ich dazu ein paar Videos mache auf meinem zweiten Kanal oder Hauptkanal, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst ein Like, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eidisch raus, da rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.